Hallo, hier ist wieder euer innerer Schweinehund aus Altena. Hallo, hier möchten wir uns drei Leute vorstellen. Nummer eins, ist die nächste Pfeife. Tippen, 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 tippen. So, aber wir gehen hier zurück. Du, sag mal, wenn du deinen inneren Schweinehund bekämpfst, tut das nicht. Wie? Aber hier, wenn wir von dir trainiert werden, ist das schon langsam eine Grönungssache hier. Sag mal, hattest du schon mal Sex? Oh, er hat noch keinen Sex. Ein Augenblick mal. So, gehen wir mal zu den anderen. Oh, guck mal, der Simon. Simone heißt der hier. Der hatte mehr Dreier wie im BMW gebaut. So, guck der laut, sie kann sogar lachen. Sag mal, du bist ja ziemlich dicklich für dein Alter, ne? Woran nicht das? Isst du viele Pommes? Ja. Warum tust du das? Guck dir das doch mal an, das ist doch kein Verhältnis mehr. Stimme auf, komm, stimme auf, zeig dich mal. So, tu mal die Tasche weg. Jesus Maria! Guckt, guckt euch das an. Das Mädels ist hardcore. Da konnte ich auch fast den Ausschnitt. Okay, Leute, das war's wieder aus dem alten Fitness-Tab. Und? Sag mal was Nettes. Tschüss. Tschüss. Voll die Intelligenz-Bestie. Tschüss.